Scheiße Mann, was ist denn das in der Kacke? Wer soll ja da aufgehen, die Kacke? Hey, hör mal bitte, Hermann, was macht ihr da? Ja, wir haben uns noch verabredet, hier im Stockduster und im Regen. An diesem völlig ganz normalen Kontomautomaten. An einem feuchten Tag. Unser Wetter quasi. So, bisschen frisch, aber wir wollten nämlich eigentlich, haben wir ja gesagt, die Stipulations für Sex Wars ausgeben, die da wären. Ich fang mal an. Also erste Stipulation. On a Pole Match. Das ist so gut, oder? Nummer 2. Dark Room? Dark Room Match. Ja, war wohl. Ein Match, was komplett im Dunkeln stattfinden wird. Und drittes Match wird sein, das First Ever Strip Poker Match. Ein Match, in dem jeder Pin ein Kleidungsstück weniger bedeutet. Und am Ende hat der gewonnen, der seine Kleider noch an hat. Der Arme tut mir jetzt schon leid. So, also, in diesem Sinne, haben wir noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Also, dann sagen wir mal, Sex Out! Bis Sex Wars. Und jetzt, wir haben den Trick, gehen jetzt auch nach Hause. Dann. Dann gleich. So, Anja ans Arme. Ich hatte das Ding jetzt. Das Ding jetzt. Ich hatte das Ding. Untertitelung des ZDF, 2020